Ein Krafttier, die Stärke tiefer Wurzeln oder beides, was du siehst, zeigt, was in dir steckt. Optische Täuschungen und Bilderrätsel mögen wissenschaftlich nicht sehr fundiert sein. Trotzdem halten sich die Überzeugungen hartnäckig, dass damit unser Unbewusstes an die Oberfläche dringt. Was wir sehen und was zu sehen wir glauben, sind zwei Paar Schuhe. Wie unterschiedlich Menschen ihre Wahrnehmung handhaben, zeigt unter anderem auch, wie unterschiedlich sie ihr Leben meistern. Wenn du Lust hast auf einen kurzen Ausflug in die unbekannten Tiefen deiner Persönlichkeit, dann haben wir ein Bilderrätsel für dich vorbereitet. Betrachte es in Ruhe. Was siehst du zuerst? Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Wenn du den Baum zuerst gesehen hast, regiert Zufriedenheit dein Leben. Wenn der Baum spontan deine Aufmerksamkeit erregt hat, deutet das auf ein tiefer wurzeltes Gefühl der Zufriedenheit in deinem Leben hin. Du hast es gut getroffen und das weißt du auch. Allerdings bist du wahrscheinlich auch mit der Überzeugung vertraut, dass jeder Mensch höchst selbst zu seinem Glück beitragen muss, wenn er genug davon bekommen will. Du siehst das Glas daher stets als halb voll an, freust dich für andere und hältst dich von allem fern, was deiner Seele nicht gut tut. Entscheidungen triffst du aus dem Bauch heraus, wobei dich deine Intuition führt und deine Lebenserfahrung dir gute Ratschläge erteilt. Du gehst ausgesprochen positiv durchs Leben und strahlst Freude und Optimismus aus. Wahrscheinlich ist es dir sogar schon gelungen, deine Bestimmung zu finden. Schönheit jedenfalls findest du überall. Du liebst die einfachen Dinge und lebst im Moment. Menschen wie du haben irgendwann erkannt, welche Prioritäten für sie die richtigen sind. Geld und Macht, Einfluss und Prestige zählen eher nicht dazu. Du suchst deinen Seelenfrieden und dein Glück lieber in kreativen oder sozialen Betätigungsfeldern. Du magst die Menschen und die Menschen mögen dich. So lässt es sich gut und zufrieden leben, ganz ohne, dass man sich ständig nach den Kirschen in Nachbarsgarten verzehren muss. Der Baum ist außerdem ein schönes Sinnbild dafür, dass es ein gewisses Maß an Flexibilität in jedem Leben braucht, um stürmische Zeiten wohlbehaltend zu überstehen. Nummer 2. Wenn du das Gesicht eines Tigers im Baum zuerst gesehen hast, bist du bärenstark und nahezu unverwundbar. Zugegeben, leicht zu erkennen ist dieses Tigerantlitz nicht, das sich in den Ästen des Baumes verbirgt. Hast du es dennoch als erstes auf diesem Bild gesehen, darfst du dich über eine äußerst widerstandsfähige Persönlichkeit freuen. Resilienz ist das alles beherrschende Thema deines Lebens und Widrigkeiten kosten dich manchmal ein mildes Lächeln. Aber auch deine Wahrnehmungsgabe ist besonders und überdurchschnittlich gut ausgeprägt. Du gehst mit offenen Augen durchs Leben, spürst die feinen Schwingungen jeder zwischenmenschlichen Begegnung und kannst Personen und Umstände sehr gut einschätzen. All das hilft dir in Summe, deinen Alltag souverän zu meistern. Türmen sich dennoch Hindernisse vor dir auf, betrachtest du diese als nette Abwechslung. Du fühlst dich herausgefordert, niemals überfordert und das stärkt deinen Kampfgeist und deine Entschlossenheit nur noch mehr. Was andere Menschen an dir besonders schätzen, ist dein freundliches Wesen, das auch im stärksten Sturm nicht getrübt wird. Du verhältst dich stets korrekt und höflich, komme, was wolle. Diese Mischung aus Stärke und Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsstreben und taktischer Überlegenheit macht dich im Grunde unbesiegbar. Es gibt fast nichts, das dich von einem Vorhaben oder einem Plan abbringen könnte. Die typischen Fallstricke, über die andere rücksichtslose Menschen häufig stolpern, bleiben dir erspart. Du weißt genau, ein Mensch allein kann nicht annähernd das schaffen, was gemeinsam möglich ist. Diesen Vorteil hast du gegenüber den Einzelkämpfern und du weißt, ihn auch zu nutzen. Es ist dumm und kurzsichtig, andere Menschen nicht zu schätzen und gar mit Missachtung zu strafen. Viel schneller und erfolgreicher gelangt man ans Ziel, wenn man ein Team um sich versammelt, was die eigenen Visionen teilt. Nummer 3 Wenn du Tiger und Baum zeitgleich erblickt hast, lässt du lieber Vorsicht walten. Wahrscheinlich können die meisten Menschen auf diesem Bild den Baum und den am Boden vor ihm liegenden Tiger zeitgleich erkennen. Damit zeigst du nicht nur, dass du die Dinge ganz gut im Blick hast. Du demonstrierst auch Courage und Mut, das Leben in seiner Ganzheit bei den Hörnern zu packen. Menschen wie du lieben alles Neue. Erfahrungen und Innovationen kann es gar nicht genug für dich geben. Ständig lockt das Abenteuer und wenn du neue Bekanntschaften schließt, ist das immer ein Gewinn für dich. Deine Seele verzerrt sich förmlich nach Herausforderungen, die ein wenig Fingerspitzengefühl und strategisches Denken erfordert. Und dennoch, was überwiegt in deiner Art und Weise das Leben zu erforschen, ist die Vorsicht. Du fährst somit doppelgleisig, indem du einerseits auf Stabilität setzt und andererseits auch deinen Pioniergeist wohldosiert von alleine lässt. Du weißt stets instinktiv, wann entweder das eine oder das andere angezeigt ist. Man möchte meinen, dass diese Sehnsucht nach dem goldenen Mittelweg dich langsamer vorankommen lässt als den wagmutigen, leichtsinnigen Rest deiner Mitstreiter. Doch interessanterweise ist das genaue Gegenteil der Fall. Im Leben gibt es für alles einen richtigen Zeitpunkt. Wird die Startflagge gehisst, heißt es durchstarten und alles geben. Stehen die Zeichen auf Entschleunigung, sollte man auch diesem Fingerzeig lieber Folge leisten. So entsteht dein Dasein im Einklang mit der Welt. Das große Ganze braucht beide Seiten, das harte und das zarte Licht und Schatten. Unser heutiges Fazit Baumstark oder tierisch wild? Suche den goldenen Mittelweg. Das Leben ist ein Abenteuer, das nicht in der hauseigenen Komfortzone stattfinden kann. Wir müssen raus in die Welt, wenn wir sie erkunden und erleben möchten. Nicht alle Menschen verfügen jedoch über den nötigen Mut und die mentale Stärke dafür. Der tief verwurzelte Baum und der wilde Tiger auf diesem Suchbild sind perfekte Symbole für zwei Säulen, auf denen unser Blick auf das Leben idealerweise ruht. Wir brauchen die Neugier, um uns weiterentwickeln zu können. Aber wir brauchen auch ein Sicherheitsnetz, das uns verlässlich auffängt, wenn wir es einmal übertrieben haben. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen findet das statt, was wir Leben nennen. Halten diese beiden die Balance, kann so schnell nicht schief gehen für uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!